du hast eine ratte getötet unser retter ist erschienen was ich halt suche ist ein schönes schönes runden strategie als die fight so in runden strategie und wurde dann halt ordentlich gut kriegst aber halt auch nur so stammt blut was weiß ich wenn der kampf xp gewinnt kriegst der axt y sondern so bisschen randomisiert und die die ganzen werte und alles so bisschen bisschen mehr zufällig weiste und da ich wissen da habe ich gesucht und gesucht und wirklich was gefunden so die hier oben kann ich auslassen jetzt mal machen wir das auch mal weil sonst bin ich immer zu der gegangen und die kann mir zwar die erzählt mir zwar dass die heilen kann aber halt keine keine ratten bisse deswegen muss ich diesen anderen sauber gedönst hier oben den hier oben suchen aber ich will ja erst mal hier unten den fight hinter mich bringen und ich kann mit der hütte interagieren verwünschtes zauberbauernhaus interagieren oh mein gott ich werde erstmal zum oberen stehen noch bin ich es nicht wir hier irgend so ein hampel dann noch mit der faust zuschlagen muss combo zu quäle mehr combo an griffe und oder mehrere instinkt und kontrollfähigkeiten aus drücke auf los wenn du angreifen möchtest 12 nicht genug fokus ok 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 das ist ja cool ich habe 30 fokus ein schaden acht bis zehn schaden ich glaube wenn ich das zweimal nehme komme ich am besten wenn ich das und das kombinieren kriege ich sieben bis acht schaden so warte mal da kann ich immer noch zwei schläge mit rein basteln ach ne 10 sind das ja ne gut kleiner dreckiger bastard jetzt bist du aber so ich könnte ein bisschen rüstung oder sowas gebrauchen oh mein gott level zwei du hast eine neue fähigkeit freigeschaltet keine beute lebenskraft ein punkt ach hier oder wo ja hier fähigkeitspunkte schlage den feind in den rücken bei jedem treffer besteht eine chance von 55 prozent einen neuen treffer auszulösen maximal fünf treffer waffenschaden 50 prozent für vier angriffe aber das habe ich ja schon so dann kann ich das verbessern sozusagen ok 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 nö dann nehme ich das hier das klingt cool oder du holst dir die Bordstil Trilogie mit den ersten drei Bordstilteilen die sie bisschen aufgehöpscht und Bordstil kann das sein dass ich die bei Twitch habe aber ich glaube das waren die alten also irgendwas habe ich da von diesen ganzen Kult Games aber das war dann halt wirklich sehr sehr hässlich hat mir nicht gefallen müsste ich mal gucken oh ich bin wieder komplett geheilt na hui aber wenn ich jetzt weiß dass ich beim dritten Angriff ordentlich Fokus brauche dann sparen wir doch auf das wir dann ordentlich pressen können so wir haben 60 Fokus das heißt dreimal 18 bis 21 oder wäre er tot was 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 so mal schauen ob es jetzt gut schon wieder neues Level muss ich hier auch noch was vergeben 1 maximal Schaden mit Waffen oh mein Gott Chance auf einen kritischen Treffer plus 0,3% 3% Schaden mit Stichwaffen oh Gott was ist mein mein Schwert bestimmt schneiden oder ich hab da mal Inventar Schlitzen stechen und das war Stich aber ich weiß nur ob ich auf Schwert da gehen will Wucht Wucht klingt nach mir muss man sehen dass wir irgendwo irgendwelche Hammer oder sowas herkriegen so äh musste ich jetzt noch irgendwas machen hier oh mein Gott das ist eine Truhe Pille Palle ach hier ist was ach ne hier kann ich bloß Tränke reinbatzeln okay ja gut natürlich ich hab mich schon gefreut was soll denn da musst du hier mit ja eigentlich hast du hier mit 50 Münzen abgespeist so wo waren wir jetzt hier hier gab es dann noch einen anderen Hashi aber das ist der Hashi ne das ist die mit den ach warte mal doch ja ihre Bauern haben wir ja jetzt umgebracht grüße neuer Recruit es sieht so aus als wären die Bauern weg bruch 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 gut gemacht schronimo danke für deine Hilfe okay schön mit dir geredet zu haben äh die verdammten neuen Recruiten bla 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 äh 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 bei wem könnte ich denn jetzt hier Waffen erstehen oder warst du das Bruchbewohner es gibt merkwürdige Treppen nordwestlich von hier in der Nacht dringen unheimliche Geräusche hervor oh mein Gott na gut dann gehe ich erstmal weiter ach ne hier war es nein bist du stumpf bluten schlitzen schlitzen stechen stechen stumpf schlitzen stechen aber sowas wie Wucht gibt es nicht oder ob die bei Wucht auch stumpf mähen aber so ein Schild kann doch eigentlich nicht schlecht sein wenn wir bloß ein einhändiges Schwert haben 116 Gold Wucht müsste stumpf sein ja dachte ich mir nämlich auch so ja komm dann nehmen wir das Teil noch mit dazu so und dann haben wir eigentlich in jeder Hand eine Waffe ist zwar ein bisschen warte mal die nehmen wir in die Haupthand weil wir ja auf stumpf gehen und die nehmen wir in die Nebenhand habe ich zwar unheimlich gesehen dass jemand mit so einer Bewaffnung rumrennt aber egal so was haben wir hier Stechschaden ja ich kann schon wieder okay ach stimmt die hat uns ja jetzt XP gegeben ja komm hier ordentlich drauf und hier machen wir das gleich noch mit so und wehe der gibt mir jetzt wieder diesen komischen Scheiß mit dem Heiltrank der nicht verschwindet du ich kenne dich nicht ich sehe du brauchst Heilung wenn ich dir helfen soll musst du mir zuerst helfen Versprechen müssen gehalten werden so und dann bei eben oder warte mal ich versuche mal hier mit mit der Taste weiterzumachen mal gucken ob das was bringt es gibt eine Bestie die ich tot sehen möchte sie versperrt den Weg zu einigen Steinfilzen die ich haben muss die liegt im Westen von hier die Bestie wird erscheinen du versuchst einen Pilz aufzusammeln komm zurück wenn du sie erledigt hast töte die Bestie einverstanden ich halte mein Versprechen und heile dich du musst nur diesen getrockneten Seennagel essen komm jederzeit wieder wenn du mehr Heilung brauchst danke okay was auch immer wir jetzt gemacht haben es funktioniert ist das das hier Bestienversteck ja oh mein Gott der Übersetzung Werden die da kaum Wert drauf legen So jetzt Jetzt müssen wir mal gucken Wir haben 60 16 bis 27 Aber da hätten wir nicht mehr viel Wären 37 Schaden maximal Ne 38 wenn wir das so machen Das wären 33 Das wären 40 Ich glaube da komme ich mit 4 Schlägen am besten hin Aber da hätten wir im schlimmsten Fall 20 bis 40 21 bis 38 Nimmt sich nicht 4 Ja komm da Abwechslung wegen Machen wir das mal so Naja So Aber jetzt Oh Alter Oh mein Gott Ein Lebenspunkt Bro Oh Aber hier So Recruit Nehmen wir das hier rüber Und das dahin So was von Hast du das gesehen Was ist denn das Dass der es überhaupt anheben kann Okay Bin ich jetzt wieder ganz gesund Ne bin ich nicht Oh Wo ist denn meine gute Heilerin Oh ne warte mal Ich kann ja gleich zu dem Typ gehen Das müssten wir ja jetzt abgeschlossen haben Hier Du Du hast die Bestie getötet Gut Die Steinpilze gehören mir Stör mich nicht weiter Geh zu Und Vielen Dank.